Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Truck Driver und wir hatten ja in der letzten Folge die Aufgabe angenommen, dass wir einen Langstreckentransport auf uns nehmen und zwar wir sollen eine Ladungsproduktionszahler in Fleck bringen für den André und das werden wir auch mal machen. Wir mussten nämlich in der letzten Folge erstmal unsere Ausdauer auffüllen, die war nämlich schon sehr 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 niedrig und ja jetzt werden wir einfach mal die Ware abliefern. Ist ja kein Problem für uns. Sind ja gute LKW-Fahrer. Smiley, Swinker, Grins. So, ja. Wir werden auf die Falle jetzt erstmal einen Langstreckentransport vor uns haben. Immerhin über vier Kilometer. Ich glaube bis jetzt auch das längste was wir bis jetzt hier gefahren sind an dem Spiel für einen Auftrag. Und ja, mal schauen. Mal schauen was das ganze wird. So. Hat ganz schön zu kämpfen. So. Jetzt geht's wieder. Also bei Berg hoch hat er ganz schön zu kämpfen, finde ich. Wenn die Ladung ein bisschen schwieriger ist. Also bei Berg hoch hat er ganz schön zu kämpfen. Also bei Berg hoch hat er sich in der 방송 saufen, wenn sich das noch wird, dann dio, dann geht's wieder rein. Oh, shit. Oh, shit. hat er nicht mitgekriegt also er hat schon mitgekriegt das müssen wir kein verraten wir bleiben heute gleich auf der spur weil ich habe es ja auch immer so ich habe auch immer so ein talent ich war mir hier rum so jetzt ist es natürlich rot jetzt müssen wir warten passt mir natürlich nicht weil ich stehe unter zeitdruck leute nein war natürlich scherz ich stehe nicht unter zeitdruck aber es kommt natürlich authentisch herüber wenn ich als lkw fahrer sage ich habe zeitdruck so gut schauen wir mal wie lange die ampel jetzt hier braucht ich finde die ampel sind hier in dem spiel ganz schon lange auf rot so so Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann fahren wir hier schnell hoch Ich glaube, wir kommen gleich zu der Stelle, wo ich mich dann im Stream festgepackt habe, mit einem LKW Wenn das der Auftrag war, ich weiß es auch nicht mehr Ich glaube, wir kommen gleich zu der Stelle, wo ich mich dann im Stream festgepackt habe Nee, ich glaube, das war der übernächste Auftrag, glaube ich Also bei irgendeinem Auftrag, da haben wir uns festgepackt mit LKW Da kamen wir nicht mehr weiter Ich weiß nur nicht, welcher Auftrag das war Ich glaube, wir kommen gleich zu der Stelle, wo wir uns festgepackt haben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fahren wir erstmal zurück und schauen dann mal ob wir vielleicht schon den nächsten Auftrag annehmen. Aber ich denke mal wenn wir da angekommen sind bei André, dürfen wir sowieso erstmal schlafen fahren. PNC66, okay. Geiles Nummer Schild. Vor allem schief und unleserlich. So, den Bus überholen wir und den LKW-Kollegen hier auch. Nein! Okay, der big spielt sowieso gleich, glaube ich, ab. Das ist ja gut. So, 10.508 Euro haben wir jetzt. Ich weiß nicht, ob man da schon eine Garage kaufen kann. Ist ja nicht gerade wenig, was wir hier haben. Tanken müssen wir auch. Und wie gesagt, wenn wir bei André sind, denke ich mal, fahren wir erstmal tanken und füllen unsere Ausdauer wieder auf. So, wie gesagt. So, how mor. So, wie gesagt. So, wie gesagt. Untertitelung. BR 2018 Ah, shit. Toll. Sorry, ich bin unter Zeitdruck. Guck mal, hier vorne haben wir eigentlich eine Tanke. Aber haben wir bei Entry bestimmt in der Nähe auch noch. Es ist ja nicht so, dass wir auf Ersprafen fahren. Das jetzt nicht. Ich bin untertitelt. Ich bin untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei André gelandet. Aber wir fahren von hier aus mal gleich auch wieder los. So, gucken wir mal, wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Die nächste Tankstelle ist hier unten. Und dann können wir nämlich uns auch gleich ausruhen. Und dann können wir uns auch gleich ausruhen. Und dann können wir uns auch gleich ausruhen. Und dann können wir uns auch gleich ausruhen. So. 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 Dann bleiben wir fertig sind mit Tanken. So holen wir uns ein geeignetes kleines Plätzchen. Und dann füllen wir auch unsere Ausdauer wieder auf. So. So. Karte. Schauen wir mal. Machen wir in der Nähe von André. Okay. 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 Also wir werden uns jetzt erstmal noch ein Schlafplätzchen organisieren, dann werden wir noch ein bisschen schlafen und werden in der nächsten Folge den nächsten Auftrag machen. Wir werden auf jeden Fall wieder zur André fahren, uns da den Auftrag holen und dann mal schauen, was uns dann erwartet. Okay. 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 und wir schlafen vier stunden und ich würde sagen während ich vier stunden schlafen sehen wir uns der nächsten folge also wie gesagt ihr kennt das spiel bewerten wenn euch das video gefallen hat dann lasst gerne ein gläumchen nach unten lasst gerne kommentare da feedbacks anregungen wünsche spielewünsche oder was jetzt auch mal am tag erlebt habt wenn ihr mir das erzählen wollt und ja dann sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten folge danke fürs reinschalten und bis zum nächsten mal ja